Der Traum vom großen Sommerhaus des Stars, SIG hat sich für Marita Krehl und Alm Klausi, 51, ausgeträumt. Schon in den vergangenen Folgen der Reality-TV-Show mussten der Schlagerstar und seine Frau eine Menge Kritik einstecken. Der Unmut ihrer Mitbewohner spiegelte sich dann auch in der Nominierung wieder, denn mit vier Stimmen wurden die zwei gegen Jana Palaske, 42, und Sascha Girnd, 45, in die Exit-Challenge gewählt. Doch dort konnte Team Klausi nicht überzeugen. Wie schon in den vergangenen zwei Wochen erforderte die Exit-Challenge-Kraft, Konzentration und ein bisschen Glück. Kleine Sandsäcke mussten in einen Korb geworfen werden, der über einen Flaschenzug von den Frauen hochgezogen wurde. Nach einem erbitterten Kampf verließen Marita jedoch die Kräfte, und ihr Korb fiel zu Boden. Damit gewannen automatisch Jana und ihr Standman Sascha. Die Enttäuschung stand den Ballermann, Liebhabern ins Gesicht geschrieben. Ihre Mitbewohner zeigten sich jedoch wenig traurig darüber, sich von Marita und Klaus verabschieden zu müssen. Ich habe mich gefreut. Für die Stimmung hier ist es richtig, erklärte Peggy Jerovke. Nur Mike Kees, Mon Berlin hätte lieber Jana und Sascha aus dem Haus geworfen. Das Sommerhaus der Stars immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20,15 Uhr auf RTL. Tipps für Promiflash? Einfach e-mailen tips-at-promiflash.de